Hallo, 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 der muss zu uns nach Neindorf gehen. Straßenneu, Straßenneu, darüber werden wir uns freuen. Straßenneu, Straßenneu, darüber werden wir uns freuen. Ja, schönen Dank, Herr Landrat, sehr geehrter Thomas Bebel, Frau Brackebusch als Landtagsabgeordnete und Herr Behrens als Bundestagsabgeordnete. Herzlich willkommen zu der heutigen Straßeneröffnung, obwohl es ja eigentlich der Straßenbau der Stäger Landkreis ist, der ja heute führend in dieser ganzen Sache war. Die Stadt hat ja eher eine untergeordnete Bedeutung in dem Verfahren gehabt. Wir sind für die sogenannten Nebenanlagen zuständig gewesen und mit einer Summe von rund 65.000 Euro hier mit im Geschäft gewesen. Aber es berührt uns natürlich in dem Sinne, dass jetzt zwei Ortsteile der Stadt Ossersleben, nämlich Beckendorf und Neindorf oder Neindorf und Beckendorf, um keinem weh zu tun oder ihnen die vordere Rolle zu bringen, jetzt endlich nach vielen Jahren oder Jahrzehnten eine vernünftige Anbindung haben. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor, deswegen sind ja heute auch Ärzte hier mit anwesend, das Krankenhaus in der Anbindung, gerade der Rettungsdienst. Jeder weiß, der schon mal mit dem Verkehrsunfall was zu tun hatte, wie wichtig eine schnelle Anbindung hier ans Krankenhaus vonnöten ist. Und das spielt schon eine Rolle. Auch ein Krankenwagen ist in der Physik unterlegen und kann nicht mit zu hoher Geschwindigkeit durch die Kurve fahren. Aber ein vernünftiger Straßenverlag ist die Voraussetzung dafür. Also ich wünsche allen einzeit gute Fahrt, kann man sagen, in der Verbindung. Und möchte bitten, dass der Landrat für uns da nochmal das Bautortel sagt. Ja, sehr geehrte Kinder, liebe Verzieherinnen, Herr Bürgermeister, liebe Frau Bagebusch, lieber Manfred Behrens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Neindorf. Wir sind ja heute zusammengekommen, um die Straße von Beckendorf, wir gehen alphabetisch nach, da kann man keinen Fehler machen, von Beckendorf nach Neindorf heute offiziell zu übergeben. Und wir haben ja im Vorfeld dieser Straßenbaumaßnahme schon die Ortslage Neindorf ausgebaut und auch die Brücke über die Osterbeck in Beckendorf. Und ich denke, in diesem Jahr haben wir diese Straße grundhaft ausgebaut auf einer Länge von knapp 4 Kilometern, 3,9 Kilometer, für insgesamt 1,3 Millionen Euro, wovon 80 Prozent aus dem Entflechtungsgesetz stammen. Und da sage ich herzlichen Dank an den Minister Karl-Heinz Gehre, der natürlich diese Mittel uns zur Verfügung gestellt hat. Ich soll den Karl-Heinz entschuldigen, der wäre gern gekommen, aber er musste kurzfristig absagen. Und natürlich die 20 Prozent Eigenmittel, die wir als Landkreis aufzubringen haben, da muss ich natürlich Dank sagen an den Ausschussvorsitzenden für Wirtschaft und Umwelt, Manfred Behrens, und auch an das Kreistagsmitglied Gaby Brakeburg, die dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt sind, hier diese Mittel reizen zu stellen. Denn wir wollen, dass die Menschen zueinander kommen, dass sie sich mobil bewegen können von ihren Wohnorten hin zu ihren Arbeitsstätten, Urlaubsorten oder anderen Orten. Und gerade hier, in dem Fall auch zum Krankenhaus, manchmal dringend schnell erforderlich. Dann müssen wir die Infrastruktur dafür schaffen. Wir sind bereit, große Summen dafür auszugeben, um diesen Straßenkörper, der teilweise noch in einem bedauerlichen Zustand ist, so zu ertüchtigen, dass die Menschen möglichst gefahrfrei auf diesen Straßen fahren können. Und wir haben ja diese Straße auf sechs Meter ausgebaut. Im Herbst wird die Bepflanzung erfolgen als Allee. Und wir werden auch die Kastanienallee hier in Neidorf erneuern, sodass sich die nächste Generation oder die nächsten Generationen an großen Bäumen und dieser Allee erfreuen können. Das werden dann nicht mehr wir sein, eine große Anzahl. Das sind unsere jüngsten Leute, die uns natürlich erfreut haben mit ihrem Programm hier an dieser Stelle. Wir wollen, dass diese Straße den Menschen Freude bereitet. Deshalb haben wir sie ausgebaut. Und natürlich wünschen wir allzeit gute Farb. Und nun brauche ich mal einen von den kleinen Damen da hinten, weil die Frauen sind diejenigen, die die Leistungsträger und neue Gesellschaft in Zukunft sein sollen. Und deshalb wünsche ich mir, dass eine junge Dame hier durchschreitet. So, wir gehen jetzt die Straße frei und wünschen allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Untertitelung des ZDF, 2020